Dagi Bee teilt erstmals eine schwierige Erfahrung als Mutter. Die YouTuberin berichtet in ihrer Instagram-Story von einem heftigen Wutanfall ihres Sohnes Nelio. Eigentlich erzählt Dagi fast nur von positiven Momenten mit ihrem zweijährigen Sohn. Doch dieser Tag bringt sie an ihre Grenzen. Sie erzählt, dann sind wir an diesem Laden mit verstaubten kleinen Autos im Schaufenster vorbeigekommen. Er wollte unbedingt da rein und eins haben. Sie schildert, er hat die komplette Straße vollgeschrien und ich war alleine. Da bin ich echt an meine Grenzen gekommen. Um Ruhe zu haben, gibt Dagi schließlich nach. Sie kauft Nelio das gewünschte Auto, um ohne weiteren Wutanfall voranzukommen. Aber das Ende vom Lied. Er ist aus dem Laden raus und wollte noch eins. Das ganze Theater ging von vorne los. Dagi gesteht, dass ihr so etwas noch nie passiert ist. Sie nimmt Nelio auf den Arm, doch er hat weiterhin einen Wutanfall auf dem Weg zum Auto. Erst im Auto beruhigt sich der Kleine wieder. Nelio ist der gemeinsame Sohn von Dagi B. und Eugen Kasakow. Die Social-Media-Stars sind seit fast zehn Jahren ein Paar. Vor rund sechs Jahren haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Mit der Geburt ihres Sohnes krönen sie ihre Liebe. Auch nach all den Jahren zeigen sich Dagi und Eugen immer noch total verliebt im Netz. Und wenn die